Bundesfinanzminister Lindner stemmt sich weiter gegen immer lauter werdende Forderungen, die Schuldenbremse grundlegend zu reformieren. Die Schuldenbremse sei auch eine Inflationsbremse, sagte der FDP-Politiker der ARD. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute hatten zuletzt eine Abkehr von der rigiden Sparpolitik empfohlen. Aus ihrer Sicht hätte der Staat dann mehr Spielraum bei Investitionen und es könnte einen Impuls für die stagnierende Wirtschaft geben. FDP-Chef Lindner heute beim NRW-Parteitag in Duisburg. Der Finanzminister verteidigt seinen Kurs in der Haushaltspolitik und sein Festhalten an der Schuldenbremse. Wir können nicht auf Dauer mehr Geld ausgeben, als die Menschen in der Lage sind zu erwirtschaften. Wir würden uns strangulieren, denn die Schulden von heute, das sind die Steuererhöhungen von morgen. Und deshalb müssen wir die Wünsche nach immer neuen Ausgaben zügeln. Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Sie wird seit 2011 angewendet. Die Idee ist, dass der Staat nicht mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt darf der Bund maximal 0,35 Prozent neue Schulden machen. Aber die Schuldenbremse darf in Notlagen ausgesetzt werden. Das können Naturkatastrophen sein oder andere unverschuldete Notlagen wie der Ukraine-Krieg und die Folgen. Auch eine außergewöhnlich schlechte Wirtschaftslage. Die Lage der Wirtschaft ist schwierig, warnen Ökonomen und fordern deutlich höhere Investitionen vom Staat. Die Schuldenbremse werde zur Zukunftsbremse. Das Festhalten an der Schuldenbremse in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten halte ich für einen Fehler, weil diese Schuldenbremse letztlich wichtige Zukunftsinvestitionen verhindert und daher langfristig viele gute Jobs in Deutschland kosten wird. Ökonom Kurz ist nicht gegen die Schuldenbremse, aber eine Reform sei sinnvoll. Nach einer Notlage etwa sollte man auch nur schrittweise wieder zu ihr zurückkehren dürfen. Im Vollzug der Schuldenbremse kann man etwas mehr Spielräume lassen, dann wenn es wieder um das Widerschafstellen geht nach einer gesamtwirtschaftlichen Notlage. Lindner verteidigt die Schuldenbremse bislang weiter. In der FDP erhält er dafür auch heute Rückendeckung. Der Finanzminister fürchtet, ein Nachgeben bei der Schuldenbremse öffnet Ausgabenwünschen Tür und Tor. Doch sein Kurs stößt auch bei den Ampelpartnern mit Blick auf den nächsten Haushalt zunehmend auf Widerstand.